und hier sind wir hier im torygoth diesmal sind wir nicht unterwegs wegen der nebenquests zum kran zum sabotierten sondern wir werden jetzt die hauptquests ein bisschen weitermachen und gucken dass wir uns erst wieder nia und domarch besorgen und vielleicht begegnen wir unterwegs dann auch den leuten mit denen wir noch sprechen müssen um ein bisschen mehr über die akte sabotierter kran herauszufinden hallo geläuft ihr beide seid also meister und klingeln ja also partner in der schlacht und so kommt ihr denn auch gut miteinander aus wenn eure harmonie bei der schlacht sehr hoch ist könnt ihr nämlich die unglaublichsten angriffe ausführen wenn sie dagegen voll niedrig ist kann sein dass sich deine klinge nicht mehr unterstützen kann für sie an mich gibt es das problem nicht wir verstehen uns fast blind aber selbstverständlich ist sowas nicht danke für die weisen worte wenn ich groß bin ich eine meisterin werden und meine eigene klinge haben mama findet das gar nicht toll papa auch nicht und eigentlich auch sonst keiner aber ist mir egal ein meister aus der armee sogar schon mit mir bringt mir ganz viele tolle sachen bei zum beispiel klingen nutzen viele arten von waffen von äther kanone und schildhammer bis hin zur mega lanze und jede waffe hat ihre eigenen vor und nachteile darauf muss ein guter meister im kampf achten ok sehr ausführliche infos hier haben wir schon gesprochen der so schmachtend in die ferne stadt wenn wir mal runter zum schiff denn dort soll die also eine gomotiv ist nicht ob es die gomotiv ist nämlich mir gefangen gehalten sein ich hoffe es aber wer sollte es sonst ein bisschen gomotiv gibt es hier in gomotiv gibt es hier in gomotiv also ich sehe nämlich nach diesem tag in die karte ist eine katastrophe man könnte kaum was erkennen weil die transparenz so 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 ist wobei man die zoomen kann und nichts und das wird sich ändern mit dem patch wir kommen auf dem klohof ok den besten bauernhof die gomotiv arbeiten können übrigens alle zu meiner familie ok 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 wir dürfen uns auf dem feld bedienen netter der mensch dieser nubi dann kommen wir gleich mal nachnehmen noch mehr pflicht oder kürbis und eine heiße orange und heißen orange hat wir uns schon was gekocht aus stufe 44 ich habe mich gerade gefragt wo ist das schiff da ist das schiff so groß man könnte man könnte meinen dass ein teil das titans auf dem wir uns befinden jetzt müssen wir nur gucken wie wir da reinkommen definitiv die sprechen nicht mit uns angreifen können wir sie auch nicht zumindest nicht die da vorne irgendwie müssen da reinkommen schatzstum auch was ist da um die stufe 44 gegner ich glaube auf dem weg kommen wir nicht rein wahrscheinlich ist der weg rein total profan irgendwie eine tür oder so seiten tür deswegen ich gucke jetzt noch mal von hier oben wir haben es aber noch gar keine hinweise wie überhaupt irgendwie da reinkommen sollen und bei den quests taugt auch die hauptquests aktuell gar nicht mehr auf so frisch und fruchtig dass er mir zutaten holen damit sie die früchte kuchen machen kann für alle hier und diese kran sabotage mission aber wir sehen hier auch angezeigten 233 sagen wir mal meter entfernt ich probiere es noch von der seite ob es dann zugang gibt kein übergang denn gar nichts und wir müssten da eigentlich hier rein sie nehmen hier bei exe du bleibes 2 nehmen sind keine eigentlich an die hand also quest technisch muss man sich schon dann erst am suchen wobei das könnte sich um hier liegen da ist ein leiter runter na das können wir alles gebrauchen alles matt aber jetzt auch noch weiter runter vielleicht kann man das von der seite infiltrieren oder so ich weiß nicht ob das alles so gedacht ist ok jetzt ist die flut da müssen die zeit vergehen lassen das 12 und sagen wir mal noch kurz warten aber 18 uhr noch schlechter ein bisschen weiter hoch drei uhr sah schon besser aus noch heftiger jetzt sind sie das ist auch krass jetzt kann man schön beobachten wie das da so runter geht ok dann gehen wir noch zwei stunden vor dann müssen wir uns das nicht geben und noch zwei stunden warten auch wenn die minute hier eine sekunde ist erst mal noch zu heiklich versuch jetzt erstmal über die andere seite der irgendwie rüber zu kommen die basis zu kommen irgendwie da will er nicht springen der schale schwimmt hier ich denke mal was wollten sind denke ich dass er da durchfällt wenn er da rein springen aber es ist ja irgendwie trotzdem tatsächlich so eine art mehr schwimmt immer noch ich schwimme einmal rum irgendwie müssen wir auf das schiff kommen ganz sicher einen ganz einfachen weg irgendwas profan ist irgendwas ich denke schon dass wir in die basis müssen wir machen uns aber mal eine kleine sightseeing tour hier im wolkenmeer okay das ist nix ist das wohl anfühlt hier in so einem wolkenmeer zu schwimmen das ist schon ein vorteil dass es nicht salzig ist oder voller quallen oder was oder voller quallen oder was oder voller quallen oder was giftig super da vergiften die ja noch alles tja stufe 43 das wäre wahrscheinlich der one hit wonder okay scheinbar sollen wir hier irgendwie noch nicht reinkommen können oder jedenfalls nicht von hier Soldaten ignorieren uns auch toll wirklich toll das ist so gelacht wenn es doch das tor irgendwie aufgehen würde also das wäre ja echt aber das sind einige gegner also ich weiß nicht ob das auch so gut wäre wenn wir jetzt da reinkommen würden okay dann schauen wir uns noch ein bisschen um ja Puyo Puyo lange nicht mehr gesehen also die Sache so nun nun geht um kaputten Kran ja ich hab nur Gerüchte von Amas gehört es ist also möglichweise Bock Mist Amas reden Vieh wenn Tag lang ist jedenfalls haben Amas Mamas bei Plausch erzählt dass Trutans großen Schabernack getrieben haben ach echt aber wenn Trutans in Stadtrater randaliert hätten wieso dann noch kein großes Geschrei unter Bürgern Puyo Puyo hat kein großes Geschrei gehört also muss Gerüchte falsch sein weitere Hinweise wir haben gestern Zuwachs bekommen ein kleines Adorn Kälbchen seht euch nochmal an wie niedlich es ist ja das ist tatsächlich niedlich normalerweise werden immer mehrere Kälbe auf einmal geboren aus irgendeinem Grund aber ist dieses hier ein Einzelkind äh Kalb deshalb will ich ihm ganz besonders viel Liebe und Zuwendung zukommen lassen verstehe ihr seid doch Meister stimmt's ja falls ihr nichts besseres zu tun habt könnt ihr mir gerne bei der Aufzug des Kälbchens zur Hand gehen ja klar ihr braucht euch auch nicht viel zu kümmern ab und zu ein bisschen Futter vorbeibringen reicht schon ich kann euch aber dafür leider nichts geben aber ein Blick aus treuen Adern und Augen sollte Entschädigung genug sein und Umgang mit anderen Personen zu haben dürfte für die Sozialisierung des Kalbs sicherlich nicht verkehrt sein schaut also ruhig vorbei wann immer das euch in ein Kram passt ja machen wir ja was können wir dir geben ja Adern Futter haben wir tatsächlich eine heiße Orangen können noch mehr geben und es gibt Fortschritte wir sind wir nicht gierig ok was gibt's noch was wir dann später geben können Glitzerknolle und Rubinen Mango Angus Team ok ich bin gespannt was passiert wenn wir da so ein Adern hochziehen ich passe auf die Amas auf die sind so süß und niedlich und kuschelig und einmal mega toll woanders soll es auch gemeine Amas geben aber aber unsere sind total EA die können sogar voll schweres Zeug tragen wenn man unterwegs ist unsere Amas sind die besten Tiere überhaupt und das ist alles was ich über Amas weiß und jetzt weißt du alles über Amas haha yeah gesegnet sein deine Eltern was ich schaust du ja und da kann ich hier mir ist immer freut bei uns und schatzt du uns da geil aber es gibt auch zum glück gerecht immer einen guten patzen das ist nicht dann irgendwie zwei drei gold so schon über 200 300 das war nicht ich ruf die karte auf da sich ja echt wie ist die transparenz weggelassen hätte aber wir halten noch durch bis der patch kommt eindeutig ja auch die anzeigen lese ich irgendwie falsch also oben kommt was wenn ich dann den ganzen folge so ich komme nicht wirklich direkt am ziel und ich muss das irgendwie irgendwie gehen oder so jetzt dreht sich schon die ganze zeit irgendwo unter mir also kommen vielleicht von hier unten jetzt seht ihr auch die entfernung muss auch die entfernung achten dann laufe ich entgegen der entfernung so was ich lauf mit der entfernung die sich ansenkt das ist etwas verwirrend muss irgendwo die geheimtür sein das wird ja auch nicht angezeigt das muss man einmal wissen ja das ist übel bis jetzt dachte ich sei verwirrt ihr seht ich habe die geheimtür gefunden aber klar war das nicht ja 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 Wie hat er sich das gemacht? Die Kuhnkuh ist ein kaltes Wettbewerb. Hier ist es ein Mann, als ich direktes Ziel. Das ist nicht so, dass alle in einem gefährlichen Augen haben. Ich glaube, das ist das so. Oh... Ich glaube, das ist unser neuer Kumpel. Ich glaube, das ist unser Kumpel-Kumpel-Kumpel. Ich glaube, das ist unser Kumpel-Kumpel-Kumpel. 3 Tage... Ich habe das nicht gehört. 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 Wenn ich diese Bedeutung des Blades habe, dann kann ich auch ein Driver sein. Aber das ist ein superer Ding. Was hat der Person von einem von der Welt gemacht? Ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. Das war's für heute, und ich habe auch gesagt, dass mein Vater wieder nach woanders gegangen ist. Tora? Das ist so, Tora, dass ich ihn verletzt und erinnert, und ich bin ein Drei-Ber. Und dann, dass mein Vater wieder zurückkommt. Tora? Also, Tora. Ich habe gesehen, Tora, dass ich ihn verletzt habe. Aber wie soll ich das? Ich bin nicht so, wie ich es. Ich bin nicht mehr, wenn ich ein paar Sachen nicht verabschiede. Aber ich habe keine Geld. Was? Was? Ich bin wirklich. 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 Ich bin wirklich, wenn ich mir das Geld verabschiede. Ich bin nicht verabschiedet. Ich bin nicht mehr so, dass ich mich nicht mehr so glücklich bin. Wie ist es, Nopon? Ich bin sicher, dass ich mich nicht mehr so gut bin. Aber wenn ich mich nicht mehr so gut bin, dann wird es ein sehr schönes Wettbewerb! Ich glaube, es ist vielleicht so, aber... Und wie viele sind? Das ist ungefähr 6,000,000 Gold. 6,000! Das ist das. Ne, Lex. Tora-kun. Wenn du Geld hast, dann kannst du mir was. Wenn du Geld hast, dann kannst du mir was. Wenn du mir was, dann kannst du mir was. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich glaube, ich würde es nicht mehr so machen. Ich würde es nicht mehr so machen. Das ist das. Aber... Ich bin ein Mann. Ich habe es gesehen. Ich habe das ganze Geld für mich. Wie ist das? Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich habe es nicht mehr so verletzt. Ich habe es nicht mehr so verletzt. Ich habe es verletzt. Ich habe es nicht mehr so verletzt. Ok, dann gehen wir, Tora! Ist das okay? Aber ich habe es nicht mehr so verletzt. Es ist so geil, wie der Lex immer aus der Haut fällt. Ok, klasse. Das ist ein schöner Abschluss der Episode. Und in der nächsten Episode werden wir gucken, dass wir hier die Klinge stark klar machen, damit er uns dann begleiten kann. Und dann werden wir sehr wahrscheinlich die Basis infiltrieren und versuchen, Nier und Dromarch zu retten. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dabei, würde mich freuen, bis zum nächsten Mal zu Xenoblade Cornicus 2.